so wir sind tatsächlich weiter gekommen ich bin erstaunt nur unser evakuierungsausgang naja ist verzogen hier kommen wir nicht durch und wir kommen auch hier nicht durch kein zutritt was du nicht sagst man merkt immer mehr als die station hier am abschmieren ist das ist zu ich nehme trotzdem alles mit den notaufsichts syntheten haben wir in der letzte folge ein bolzen in den kopf gerammt der kommt so schnell nicht mehr her ich gucke mal was du dabei hast junge leuchtfackel und wir speichern und ich krieg hier aus alien gründen herum weil unser freund das william ist hier herumschlavenzeln weil war flammenwerfer eins was uns hier gerade weiterhilft wo auch und das dafür das und das ich habe hier aus den fenstern wir kamen von dort hinten gesehen dass wir flammenwerfer öl herumliegt ja ich versuche es doch ich habe mir nicht vor hier länger zu bleiben hm tür verschlossen klammern geht nicht auf muss durch diesen dieses dings durch klettern sie hier durch machen sie lampe an damit morgen wer was sieht eine neue batterie für die lampe danke hey hier liegt jetzt irgendein grund revolution rum nein das ist ein großes problem das stimmt das ist alles ein bisschen verschmörgelt was auch mit daran liegen kann schlüsselkarte benötigt habe ich nicht flammenwerfer öl das habe ich gesucht und gesehen was das radio hier ist ein generator für irgendwas generat funktionsbereit das ist kein nachteil benutze ihn bitte ich habe es erwischt ich habe es erwischt ich wollte gerade flammenwerfer zurück hier war ein kleiner facehacker drin knudelt ein so schön eine schlüsselkarte gelaber wir uns hören können und sie teil des teams sind wir haben den wohnbereich zuflurtsort abgeriegelt es gibt einen weg hinein einen heraus es sind zwar noch leute unterwegs die waffen und vorräte plündern aber es sieht so aus als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen die siegsten syntheten die die station station gehen sie zur nächsten die wacke ich habe gute lachen sie vom öffentlichen bereichen gefunden seien sie wachsam oh und wenn sie uns hören können und sie nicht teil des teams sind versuchen sie nicht uns zu finden wir werden das feuer eröffnen ist ja ein herzchen ich habe eine schlüsselkarte die brauche ich aus schlüsselkarten gründen und zwar hier irgendwo gut Entschuldigung meine enge allergie gekusch ich habe gerade einen solchen mega genussanfall sage ich mal dass ich dass ich gerade pausieren musste füllen 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 finden sie einen anderen weg ich muss hier zurück gehen Vakutieren. Dies ist keine Führung. Ach bitte geh. Du verhinderst meinen Spielvorschritt. Ah ja, ich könnte beim nächsten Mal tot sein, möchte ich erwähnen. Ja. Am nächsten Mal tot sein, meine ich, wenn mich das Alien da am Kopf rot. Denn dies tut es gerne einmal. Sofern es mich zu fassen bekommt, was ich natürlich verhindern möchte. Hilfe, 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 Hilfe. Ich habe es noch nicht gesehen. Wo ist es gewesen? Es ist da rechts. Zurücklehnen. Ich glaube, ich halte gerade Atem an. Sag ich das, weil ich es nicht mehr weiß. Oui, oi, 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 oi. Musst du hinfortschleichen? Ja, warte mal auf den. Und nicht auf mich. Hier rum, da lang. Warte, sehe ich jetzt auch keine Tür auf. Du bist weg, ja? Also, ich bin es jetzt. Hey, wir sind zwei Meter weiter. Ja, bla, 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 bla. Ich weiß, dass irgendwas nicht passt. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Leute werden sterben. Das gefällt mir nicht. Da. Ich habe da gerade was zappeln sehen. Und es ist auf der Pirsch. Auf der Pirsch. Nach mir. Mann. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Wie hättet ihr das Spiel so nennen sollen. Station evakuieren. Ich werde eine große Station evakuierer gewesen. Hätte man Anweisungen gegeben. Hat aber keine Soldaten mehr gebraucht. Wir sind jetzt... Ein Meter weiter. Luftlinie. Runter. Was läuft da hinten rum? Ja, die Tür ist auf. Ja, das ist eine Speicherstation. Ja, da oben wird das Alien durchkommen. Ich würde mich auffressen. Spieltomaten. Speichern. Huh. Ja, speichern bitte. Gibt es denn irgendwas für mich? Waren alle diese Stationen ja mal voll besetzt? Ja, gehen sie... Ah, was? Wow! Da kommt ein großes Wesen. Das will nicht nur die Spee sind. Das hasst mich so sehr. Hebel. Ach, darum die Beschwerde von wegen Generator läuft. Anfang dieser oder letzte Folge. Das hat euch nichts mehr eingefallen. Ja, da macht er Backtracking. Ich muss also jetzt genau in den Raum zurück, wo ich herkomme. Das ist doch doof. Vor allem nicht gut. Nein, das ist keine gute Sache gewesen. Ja, wir müssen jetzt ungefähr in Alien folgen. Ne? Hier haben wir uns versteckt. Darum gelaufen, da versteckt, hier rumgelaufen. Erfolgreich gesehen, dass hier nichts geht. Und müssen den ganzen Weg zurückgehen, obwohl wir vorher schon hier gewesen sind. Ihr hättet mir wenigstens neue Monitionen von der Flammenwerfer geben können. Ne? Ah! Scheiße. Ich weiß, ihr seht gerade nichts, aber naja. Ich auch nicht so. Au! Aua, 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 Schmerz! Aua, 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 Aua. Hat's mir ja voll in die Fresse gesammelt, das Vieh. Keh, um die nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hier zu welchem Orbitalkunfallkoordinator erteilt wurde. Ja, ich sehe, ich lebe ja gerade ein bisschen gefährlich, aber das ist... Es ist alles so deprimierend. Oh, es ist direkt vor mir. F, U, C, K. Das ist alles sehr problematisch. Jetzt weiß ich auch, warum jetzt zwei Speicherstationen sind so dicht beieinander. Abbrechen. Was? Wie ist es gerade abgehauen? Hat's gerade auch gemerkt. Vielleicht habe ich ihn ein bisschen so auf den Arsch frittiert. Ach komm, ich will den General raus. Ich möchte den Gran... Den Granatenwerfer. Den Gener... Ja, ich möchte eigentlich gerne den Granatenwerfer. Ich möchte den Generator einschalten. Es ist gerade ein bisschen angepisst, deswegen läuft es immer so schnell hin und her. Aber ich freue mich auch nicht gerade sehr dessen, was er hier tut. Ich mag das nicht. Nein! Bist du brav? Darf ich raus? So zwei Meter? Gut. Ich komm jetzt. Ich hab dich doch gerade wieder rauskommen hören. Jetzt geht das hier los wie in den ersten Folgen. Als das Mistvieh aufgetaucht ist. Das ärgert mich total. Die erste Folgen, die jetzt Mistvieh aufgetaucht ist, hießen bei mir. Keinen großen Fortschritt. Ja, hey. Wo kann sie denn sein? Hockt sie immer noch im Schrank, wo du Sachen hast reinlaufen sehen? Ich weiß es nicht. Knüffelig. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich einfach nicht. Hm. Du möchtest gerade gehen, ja? Es polzt genau da hin, wo ich hin muss. Das ist... Oh, so frustrierend. Ist wenigstens weg. Nein, du bist da hinten im Raum. Das ist zwar außerhalb der genauen Reichweite des Sensors, aber der beiden oben zeigt an, wo es ist. Nur halt recht ungenau. Scheiße, 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 scheiße. Ja, fang dich. Und dann fang an zu laufen. Fang an zu laufen. Ich habe keinen Scheiß für Minigames, äh, keine Zeit für Minigames. Keine Zeit für scheiß Minigames. Obitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Ja, Station verlassen. Eine fantastische Idee. Ich bin super stolz auf diese Erkenntnis. Was heißt Dry? Ist das eine Roggenwisky? Äh, äh, ich meine. Action. Okay, da sind wir wieder. Schön am Anfang. Jetzt geht mir so ein Scheiß aber auch. Und zum Generator. Ich bin super stolz auf.